Ich begrüße Sie hier in der Huttengasse im 14. Bezirk. Ab sofort steht im weißen Gebäude hinter mir im ersten Stock eine 3-Zimmer-Wohnung mit einer innenhofseitigen Lodges zum Verkauf. Die Lage ist ideal. Nur 150 Meter entfernt ist eine U3-Haltestelle Kempelstraße sowie ein Billa. Das Haus ist 2018 errichtet worden und auch die Wohnungen wurden hochwertig ausgestattet. Für weitere Informationen wählen Sie den Link im Text. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020